Ich finde es einfach extrem wichtig, dass man Ziele hat und die auch klar definieren kann. Mein Ziel ist ganz klar eine Goldmedaille. Kein Sieg ist Zufall. Man braucht Talent natürlich, aber es ist auch sehr harte Arbeit. Es sind 28 Stunden die Woche teilweise mit Training und man muss immer wieder pushen und ich gehe eigentlich fast immer ans Limit und das macht mich wirklich aus. Die größten Herausforderungen in meiner Karriere waren sicher bisher meine Verletzungen. Also ich war nahezu vier Jahre durchgehend verletzt. Zweimal Kreuzbandriss, dann Knöchelbruch, Schulterluxation, also ich habe wirklich nichts auslassen. Es war dann wirklich so mein Zeitpunkt, wo man dachte, okay, entweder ändere ich mich selbst oder sonst zerstört mich der Sport. Um aus der Verletzungssehre herauszukommen, habe ich begonnen energetisch zu arbeiten und es hat mir wirklich gezeigt, wo ich vielleicht noch irgendwie unterbewusst Blockaden habe. Und ich habe dann wirklich sehr viel an mir selbst gearbeitet, einfach damit man besser dann lernt mit jeder Situation umzugehen. Eine Möglichkeit für mich, mein Gleichgewicht zu finden, ist Slacklinen, weil es ist einfach eine Sportart, wo man sich nur auf sich selber konzentrieren muss und man muss alles andere ausblenden und geht einfach Schritt für Schritt. Und das ist generell wichtig, dass man nicht so weit vordenkt und dann nicht zurückschaut, sondern einfach nur im Moment ist. Das Ziel ist natürlich, ganz oben zu stehen. Und ich kann nicht am Start stehen und alles geben mit dem Ziel im Kopf, als Dritte das Rennen zu beenden. Wenn ich im Sommer trainiere und vielleicht jetzt die Kniebeugen mit 100 Kilo noch ein letztes Mal machen muss, dann habe ich das Ziel vor Augen, wirklich Olympiasiegerin zu werden und nicht als Zweite dazustehen. Bis zum nächsten Mal.